Hallo zusammen, ich bin es nochmal, der Falk vom Asperger Falk TV. Ich bin es gerade mit meiner Mutter draußen unterwegs. Heute Morgen waren wir zuerst beim Doktor, danach in der Apotheke und dann sind wir über den Festplatz hinten in die Felder gegangen, ein bisschen spazieren. Und ja, wir haben eben einen wilden Birnenbaum gefunden. Da hat sich meine Mutter ein paar Birnen abgemacht, die isst sie jetzt, weil sie Hunger hat. Und ich habe ja meine Nahrungsversorgung hinten im Rucksack dran. Das wisst ihr ja, ich kann ja nichts essen und trinken. Und nun denn, meine Mutter hat sich ein bisschen wildes Obst genommen, was ja auch legitim ist, weil es ist ja keine Übermenge. Es ist ja wirklich nur die drei, vier Früchte, die sie jetzt essen tut, damit sie ein bisschen Energie kriegt. Und ja, ich merke gerade, das ist ziemlich zitterend mit der Hand. Ja, das sollte es jetzt mal gewesen sein, vom Statement aus der Wiese. Wir hatten letzte Nacht nur zwei Grad, jetzt sind es so wieder 16 Grad. In der Sonne fühlt sich das noch viel wärmer an. Ich habe jetzt leider kein Selfie-Stick dabei, deswegen muss es halt so improvisiert sein. Und ja, ich sage es jetzt mal, fiat die und macht's gut.